Dieses Bild steckt voller verrückter Statussymbole, die Arnolfini-Hochzeit von Jan van Eyck. Vermutlich zeigt es den Kaufmann Arnolfini und seine Frau. Ich bin ein Zauberer und ich hab Hörner. Neben dem Kronleuchter sind auch die Klamotten ein Zeichen von Reichtum. Für dieses kräftige Blau und Grün brauchte man nämlich Halbedelsteine oder teure Minerale. Aber mein Lieblingsstatussymbol ist das hier, Orangen. Die mussten nämlich damals von weit her importiert werden. Guck mal, meine Grids. Pff, check mal das hier. Oh, krass. Besonders ist dieser Spiegel, denn wir sehen, dass vor dem Paar quasi außerhalb des Bildes zwei Personen stehen. Und der mit der roten Mütze ist wahrscheinlich der Künstler. Und damit wäre das eine sehr frühe Form von einem Selbstporträt. Ob es sich hier übrigens wirklich um eine Hochzeit handelt und ob die Dargestellte wirklich schwanger ist, ist ziemlich unklar. Klar ist, die Dargestellten waren reich und das ist ja wichtig zu wissen.